Jo meine Leute, herzlich willkommen zum elften Spieltag der zweiten Bundesliga Prediction für die Saison 2022, 2023, los geht's, alle Spieler live auf Sky Sport Bundesliga 1 und in der Sportschau im Radio und 1 los geht's heute um 18.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga und in der Sportschau im Radio Arminia Bielefeld unterliegt Karlsruhe SC 2 zu 4 Dann, SSV Jan Regensburg spielt gegen Spielveränderung Kreuter führt Spektakel 3 zu 3 Dann morgen um 13 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga und in der Sportschau im Radio FC Anna Rostock unterliegt den FC Paderborn 07 mit 0 zu 2 Dann, SV Darmstadt auf 90 schlägt zu Hause Fortuna Düsseldorf 1 zu 0 Dann Eintracht Braunschweig unterliegt FC St. Pauli 2 zu 4 Dann das zweite Bundesliga Top Spiel um 20.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 und in UHD HDR und in der Sportschau im Radio und auf Sport 1 Hamburger Sportverein gegen den 1. FC Kaiserslautern und das Ganze geht 2 zu 1 aus für den Hamburger Sportverein Herzlichen Glückwunsch und übermorgen um 13.30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga und in der Sportschau im Radio 1. FC Einheim schlägt Hannover 96 knapp 3 zu 2 Dann 1. FC Nürnberg schlägt Holstein Kiel 1 zu 0 Und SV Sandhausen und der 1. FC Magdeburg trennen sich 1 zu 1 unentschieden So das war es vom 11. Spieltag der 2. Fußball Bundesliga Saison 2022-23 mit den Predictions So wenn euch das wieder gefallen hat, lasst ein Dornchen nach oben da Geht kein Novo, dann nehme ich das Glöckchen, das nicht vergisst nicht, das gewähren Und dann verpasst ihr keine Benachrichtigungen auf diesem Channel Bis dann, gut gekickt, ciao! Bis dann, gut!